Norddeutscher Rundfunk 2021 Jacob, das soll die Luxusvilla sein? Also das Navi sagt, dass wir richtig sind. Oh Mist, mein Akku ist fast leer. Schatz, ich hab meinen Followern einem Beauty-Wochenende Luxusvilla versprochen, was ist das denn? Ariel, sag was dazu! Ariel! Hm? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja drin besser. No way, Jacob, bring uns zurück! Okay, okay, Griff ins Klo. Ich hab aber kaum noch Akku. Ich nehm an, keiner von euch hat ne Steckdose in der Hosentasche? Doch, doch, mein Handy hat Reverse, weil es charging ist. Ich geh einfach rein und lad mein Handy auf. Also wir bleiben hier. Schatz, wart auf mich! Lia? Jacob? Hallo? Oh mein Gott!